Die Modewelt, die schaut schon seit den vergangenen Tagen nach Berlin, denn dort ist die Fashion Week gestartet, mittlerweile ja auch international angesehen und feiert jetzt ihren 10. Geburtstag. Vier Tage Mode, Berliner Fashion Week zum 10. Die Modetage der Hauptstadt haben auch in diesem Jahr wieder für Superlative gesorgt. Mehr als 200.000 Besucher, 2500 Modeschöpfer, rund 50 Laufstegschauen, gleich mehrere Fachmessen und unzählbar viele Trends für Herbst, Winter gab es zu bestaunen. NTV war immer dabei. Direkt vor dem Brandenburger Tor, dem Wahrzeichen Berlins, steht das bekannte Fashion-Zelt. In diesen Tagen kennt Berlin nämlich nur ein Thema und das ist die Mode. An die 40 Shows finden hier hinter mir statt. Den Anfang macht das Label Eskada Sport und den Abschluss bildet Michael Michalski mit seiner legendären Style Night. Aber auch kleine Labels bekommen hier ihre Chance, die Kollektionen für den nächsten Herbst, Winter 2013 zu zeigen. Auf geht's zu Eskada Sport, denn dieses weltbekannte Label übernimmt in diesem Jahr die Eröffnungsshow. Von Routine ist kurz vorher hinter der Bühne allerdings keine Rede. Die Designerin nimmt sich trotzdem noch kurz die Zeit, um mit unserer Reporterin Tanja Bülter zu sprechen. Der Adrenalinspiegel steigt stetig. Jetzt, wo alle Models sich schon anziehen, das kann ich gar nicht sehen, da wäre ich total nervös. Aber jetzt kann man eh nichts mehr ändern, so ungefähr. Inspiriert haben wir uns von dem traditionellen englischen Stil, dieses Karo kombiniert mit Blumen und ganz jung, modern umgesetzt. Dieses in feminine Leichtigkeit reingebracht. Blumen und Karo. Bei Eskada war dieser Trend tatsächlich unübersehbar. Extra für diese Show eingeflogen war übrigens It Girl Poppy Delevin, natürlich selbst von unten bis oben in Eskada gekleidet. Und auch andere große Namen ließen es sich nicht nehmen, ihre Herbst-Winter-Kollektionen in Berlin zu präsentieren. Mit dabei Hugo Boss, Laurel, Schuhmacher oder Guido Maria Kretschmer. Grundsätzlich kann man sagen, dass alle Trends im Moment gleichzeitig stattfinden. Ein absoluter Material-Mix und Farben-Mix ist angesagt. Also je schräger und skurriler es aussieht, umso besser wird es angenommen, lustigerweise. Ein bisschen kommen die 80er neu interpretiert wieder. Also Leo-Print-Jeans, Neon ist wieder dran. Allerdings kann man sagen, wenn man eine klassische Cashmere-Kollektion hat mit Neon und Strass, auf einmal wirkt das eben nicht 80er Jahre, sondern es sind bekannte Elemente neu interpretiert. Und das macht es wirklich schön. Mode, die auch große Stars nicht verpassen wollen. In diesem Jahr ließen sich sogar Hollywood-Größen wie Julian Moor sehen oder Pop-Königin Nena. Und? Ja, und auch Boris Becker hat sich hier ins Mode-Getümmel gestürzt. Und Boris, ich glaube, bei euch hat ja auch das Thema Fashion einen besonderen Stellenwert in der Familie Becker, oder? Ja, in der Tat sind alle etwas modeverrückt. Das fängt natürlich bei meiner Frau an, die, wie ich meine, einen sehr guten Geschmack hat und sehr ausgefallen. Aber bis hin zu meinem Elson Sonor, der mittlerweile in die Jungdesigners gegangen ist, seit über einem Jahr. Und ich mache dann mit. Mode ist auch für mich interessant und ich habe mich auch über die letzten 25 Jahre modisch, zumindest sehr, verändert. Unverändert modebegeistert und individuell ist hingegen das einst berühmteste Model der Welt aus den 60er Jahren. Veruschka alias Vera von Lehndorf. Mit 72 Jahren war sie definitiv das älteste Model auf der Fashion Week. Und sie war nicht zu übersehen auf dem Laufsteg von Anja Gockel. Dem kritischen Blick von NTV-Gesicht Tanja Bülter hielt ihre Einlage stand. Und auch sie selbst war ganz begeistert. Ich habe es eigentlich immer anders gemacht als die anderen. Wie gesagt, ich habe mich da eingemischt. Das machte an sich sonst keiner. Aber ich fand, dass die Models damals sehr viel individualer waren. Vom ältesten Model der Fashion Week zur weltgrößten Jeansmesse. Wir haben eingecheckt auf der Bread and Butter, der weltweit größten Denimwear-Modemesse. Und die befindet sich, wie man sehen kann, auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof. Auf insgesamt 90.000 Quadratmetern kann man hier die nächsten Kollektionen für Herbst, Winter in Sachen Streetwear bewundern. Das hat Tanja ausgiebig getan. 600 Marken bullten um die Aufmerksamkeit der Kunden aus aller Welt mit teils skurrilen Dingen. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, um bei der Flut von Ständen und Besuchern nicht unterzugehen. Die einen versuchen das so, die anderen gleich mit einer ganzen Eisbahn. Sportliche Betätigung gehört bei einer Street- und Sportswear-Messe natürlich dazu. Zurück zur Fashion Week. Die soll in erster Linie auch eine Plattform für kleine Labels sein, wie zum Beispiel Mila Miyahara. Ein Label, das vor allem tragbare Mode präsentierte. Oder ebenfalls aus Berlin Ali Thompson mit klassisch eleganter Abendmode. Bei so viel Programm muss auch mal Zeit zum entspannten Shampoos trinken sein. Grazia hat zum Frühstück geladen. Und hier werden zum Beispiel Plätzchen handgemacht. Wirklich mit viel Liebe zum Detail. Das gibt es also nicht in Sachen Mode, sondern auf jeden Fall auch kulinarisch. Zu Gast sind hier unter anderem Sarah Nuru oder auch Monika Ivankang. Und die müssen gleich gehen, denn die nächste Show ruft ja wieder. Bei der lässt sich auch Berlins Bürgermeister gern einmal blicken. Abseits von Glamour und Party ist die Fashion Week für das Klamme Berlin nämlich gerade aus wirtschaftlicher Sicht sehr wichtig geworden. Die Taxifahrer haben echt viel zu tun. Und ein Hotelzimmer zu kriegen, jetzt gerade, wo auch noch parallel die Grüne Woche läuft, ist schon sehr, sehr schwierig. Trotzdem haben wir wieder neue Betten geschaffen. Also Mode hat sich etabliert, ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Dafür sorgt auch die Premium-Modemesse. Hier zeigen Designer vor allem High-End-Fashion, wie zum Beispiel das Label Wannawake, das mit einer Tasche mit zwei Gesichtern überzeugen will. Über tausend Kollektionen werden hier präsentiert, ob Kleidung, Taschen oder Accessoires und auch Kurioses. Wir sind mittlerweile auf der Premium-Modemesse angekommen und auch das gehört zum kreativen Potenzial der Modemacher. Hier wird ein sogenanntes Stahlschaf eingestrickt. Guerilla-Knitting, Yarnbombing oder Strickgraffiti, das ist nämlich die neue Form von Streetart. Und bei der werden Gegenstände in der Öffentlichkeit umgestrickt und sollen verschönt werden. Für das schönste Highlight der Fashion Week sorgte aber Deutschlands Lieblingslabel Unrath & Strano. Die Location ein stillgelegter U-Bahn-Schacht mitten in Berlin. Top-Promis wie Katharina Witt und Verona Poth ließen sich diese atemberaubende Show nicht entgehen. Zu sehen bekam sie extravagante und hippe Mode. Viele Paradiesvögel haben wir gesehen in den letzten Tagen, unzählige Fashion Shows und natürlich internationale Promis. Hier im Fashion-Selt kann man sich in der E-Berry Lex Lounge massieren lassen. Ein Service, den viele in Anspruch genommen haben und der mir das Ende dieser Modetage definitiv versüßt. Das war die Fashion Week Berlin im Januar 2012 mit der Mode aus Herbst und Winter. Die nächste Fashion Week wird im Juli in Berlin stattfinden. Auch dann ist NTV wieder für Sie dabei.